Bist du dir sicher, dass deine Schmerzen aufgrund des Meniskusrisses kommen? Ich sage dir eines. Ich arbeite hier im Forschungszentrum für konservative Schmerztherapie. Weißt du, was wir für Erfahrungen machen mit unseren Knieschmerzpatienten, die auch ganz häufig Meniskusprobleme haben? Das, wie wir sie behandeln. Alles, was wir tun, ist, dass wir über gewisse Druckpunkte die muskulären Spannungen herunterschalten. Mindestens 80% der Patienten stehen danach auf. Entweder deutlich schmerzarm oder schmerzfrei. Das heißt im Umkehrschluss, die Schmerzen kommen gar nicht vom Meniskusriss. Das habe ich auch lange gebraucht, um das zu verstehen. Die Schmerzen kommen nicht aufgrund dieser Schädigung, sondern aufgrund der zu hohen muskulären Spannungen. Wenn der Meniskus eingeklemmt ist, dann ist das ein anderes Thema. Darüber brauchen wir nicht sprechen. Und du kannst es jetzt ausprobieren, indem du Übungen machst, die auf meinem Profil sind. Ich habe ganz viele Knieübungen. Gibt es auch eine eigene Wiedergabeliste fürs Knie. Oder du lässt dich einfach mal behandeln und probierst es selber aus und erlebst es mal, wie wundervoll das wirkt bei den meisten Menschen. Und ich wünsche mir auch für dich, dass du das erlebst, diese Befreiung auf eine ganz natürliche Art und Weise von den Schmerzen. Probier mal die Übungen. Und dann, wenn du nicht weiterkommst, meldst du dich einfach. Okay, dann schauen wir uns das genauer an. Ich bin hier, um zu helfen. Alles, alles, wie wir. Ich bin hier, das test